Wenn Sie noch auf der Suche sind nach dem idealen Sommerfahrzeug, dann gucken Sie doch mal bei Ari vorbei. Wir haben hier aktuell sofort verfügbare Vorführfahrzeuge, zum Beispiel den Ari 145 Lastenmoped. Ein dreirediges Moped, elektrisch betrieben, mit einer Reichweite von 55 Kilometer mit einer Batterie oder von knapp 100 Kilometern mit zwei Akkus. Beide Akkus können entnommen werden, dann einfach zu Hause aufgeladen werden. Sie können an das Fahrzeug hier vorne jede Menge Dinge noch transportieren mit dem vorne befindlichen Korb. Hinten gibt es auch noch mal einen Gepäckträger, da können Sie optional eben ein solches Helmfach bekommen. Dieses Helmfach fasst jetzt 48 Liter, also schon ausreichend für einen ordentlichen Einkauf. Sie können das Fahrzeug einmal so hinstellen, da wird es eben arretiert mit seinen drei Rädern, fällt es dann auch nicht um. Sie können hier machen, was Sie wollen, das ist einfach sehr stabil. Oder Sie lassen es eben ganz klassisch auf dem Seitenständer stehen und dann kann es so eben auch über Nacht einfach stehen. Das Vollladen dauert wirklich nicht lange, also drei bis vier Stunden, dann ist dieser Akku auf jeden Fall voll. 45 kmh fährt das Fahrzeug. Sie sollten einen Moped-Führerschein haben oder eben den Pkw-Führerschein, mit dem dürfen Sie es ja sowieso bewegen. Und das Fahrzeug ist an sich vorne wie hinten mit Scheidenbremsen ausgestattet. Sie haben eben diese bewegliche Hinterachse, sodass sich das ganze Fahrzeug sozusagen auch in der Kurve sehr gut verhält. Und das Interessante ist halt, dass Sie eine sehr schöne und aufrechte Sitzposition haben, dadurch, dass Sie hier diesen großen Bereich haben, wo Sie die Füße noch hinmachen können. Also insgesamt ein sehr schönes Fahrzeug und ja, gucken Sie einfach mal bei uns vorbei. Hier unten in dem Video ist der Link zu diesem Angebot. Diese gebrauchten Fahrzeuge als Vorführfahrzeuge finden Sie jetzt für kurze Zeit bei uns. Also nicht lange warten und einfach loslegen. Vielen Dank. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.